So Leute, die Meme-Coin-Season ist jetzt immer noch im vollen Gange und vielleicht das offensichtliche Zeichen dafür war, dass als ich jetzt vor ein paar Tagen am Reisen gewesen bin, da habe ich wirklich überall am Flughafen, in Dubai, Plakate von Floki Hino gesehen. Und ganz ehrlich, das war jetzt im Grunde genommen so der Zeitpunkt, wo mir so richtig bewusst geworden ist, wie Mainstream-Crypto mittlerweile geworden ist. In diesem Moment gibt es auch noch ganz, ganz viele Menschen, die in Meme-Coins investieren, aber es gibt da ein paar Charakteristika, die man sich unbedingt anschauen sollte, wenn man mit den Gedanken spielt, in Meme-Coins zu investieren, weil es ist ja ganz klar, nicht alle Meme-Coins sind gut und werden auch in der Zukunft pumpen. Und genau deswegen werden wir uns da heute drüber unterhalten, einfach weil es so viele verschiedene Meme-Coins gibt, die jeden Tag kreiert werden und deshalb wird es auch immer schwieriger, sich überhaupt einen rauszusuchen, der in der Zukunft gut laufen wird. Ich verstehe, viele Leute haben richtig viel Geld mit Meme-Coins gemacht und ich persönlich, ich habe das, muss ich zugeben, eher verpasst, einfach weil ich nicht so viel Zeit in Meme-Coins gesteckt habe. Aber ich habe damals schon verstanden, dass halt ein paar Meme-Coins richtig gut laufen werden und genau deshalb habe ich auch darüber und auch über Floki Hino auf dem Kanal geredet. Und trotzdem gibt es jetzt eine Sache, die wir unbedingt verstehen müssen und zwar, es gibt immer noch ein Glückselement bei der Auswahl des richtigen Meme-Coins. Im Grunde kann nämlich niemand wirklich vorhersagen, welcher Coin als nächstes die Aufmerksamkeit der Retail-Investoren auf sich zieht. Oder halt irgendwann mal in den Nachrichten erwähnt wird und daraufhin pumpt. Aber es gibt auf jeden Fall auch ein paar Dinge, auf die man bei Meme-Coins achten kann, die jetzt Indikatoren dafür sind, dass einer gut läuft. Eins ist jetzt dieser Merkmal, dass sich auf eine oder andere Art und Weise abhebt. Es reicht momentan nicht mehr aus, einfach nur einen Hundennamen zu haben oder einen Bezug auf Elon Musk. Und viele Meme-Coin-Projekte erkennen das gerade und fügen tatsächlichen Nutzen zu den Token hinzu. In diesem Video werde ich jetzt über ein paar verschiedene Meme-Coins reden, die das Ganze gemacht haben und auch entsprechend Potenzial haben, in Zukunft ein bisschen Wachstum zu sehen. Aber wie immer, nichts in diesem Video ist eine finanzielle Beratung und Meme-Coins. Also die meisten dieser Coins werden höchstwahrscheinlich bis auf 0 oder sogar unter 0 sinken. Das wollte ich jetzt nur nochmal ganz, ganz klarstellen. Und ich persönlich, ich halte mich auch größtenteils von Meme-Coins fern, aber ich kann verstehen, wenn viele Leute daran interessiert sind und deshalb versuche ich mein Bestes, um Leute, naja, durch diese Szene zu navigieren, würde ich jetzt mal sagen. Okay, und bevor wir jetzt damit anfangen, würde ich sagen, abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr keine wichtigen Videos mehr wie dieses oder natürlich auch alle anderen auf dem Kanal verpassen werdet. Eine weitere Sache, die ich jetzt gerne noch vorher erwähnen möchte, ist, dass ich persönlich jetzt keinen einzigen dieser Coins mehr halte. Ich habe zwar vorher mal ein bisschen Floki Inu gehalten, aber als ich jetzt letztens in Dubai am Flughafen gewesen bin und ich habe überall diese Plakate gesehen, für mich war das definitiv ein Top-Zeichen, dass ich alles verkaufen will. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, lasst uns direkt mal mit Floki Inu anfangen. Ein Meme-Coin, der jetzt von Elon Musk eigenem Schieberhund inspiriert wurde, aber eben nicht nur einen lustigen Namen und ein witziges Logo haben möchte, sondern vor allem auch einen echten Nutzen für das Projekt durch verschiedene Funktionen hinzufügen will. Wie man jetzt hier sehen kann, ist das selbst erklärte Ziel des Floki Inu-Projekts, dass es die meistgenutzte Kryptowährung der Welt werden möchte. Der Floki Token ist jetzt sowohl auf der Ethereum Chain als auch auf der Binance Smart Chain verfügbar und er wird auf Uniswap, auf Pancakeswap, auf Gate.io und auch auf Hotbit gehandelt, sodass ihr entweder eine DEX oder natürlich auch eine zentralisierte Exchange nutzen könnt, je nach Themen, was ihr bevorzugt. Die Gebühr für die Transaktion ist mit 3% wirklich viel niedriger als bei den meisten anderen Meme-Coins. Diese Gebühr geht jetzt in die Floki Schatzkammer, um die Entwicklung, Partnerschaften und andere Aspekte des Projekts zu finanzieren. Das maximale Angebot des Tokens, das betrug 10 Billionen Token, aber durch verschiedene Token-Burns wurde der Vorrat mittlerweile auf 9,2 Billionen reduziert. Das Floki-Projekt besteht jetzt aus 3 Säulen. Einmal natürlich dem Meme, den Nutzen und dann auch der Wohltätigkeit. Ich meine, der Meme-Aspekt ist wahrscheinlich selbsterklärend, aber hier können wir jetzt auch noch die verschiedenen Nützlichkeitsaspekte sehen. 1. Ein Play-to-earn-NFT-Gaming-Metaverse namens Valhalla, was jetzt nicht zu verwechseln ist mit Valhalla, worüber ich in den letzten Videos gesprochen habe. Das befindet sich gerade in der Entwicklung. Das Ziel von Valhalla ist es jetzt, Menschen, die sonst vielleicht nie was von Krypto gehört hätten oder das Ganze benutzt hätten, diese Leute dazu zu bringen, sich zu engagieren und mal auszuprobieren. Begleitend zu Valhalla wird auch ein NFT-Marktplatz entwickelt, der Floki Place heißen soll. Zu guter Letzt wird im Rahmen des Projekts auch noch eine Krypto-Bildungsplattform geschaffen, um auf eine Welt hinzuzuarbeiten, in der jeder mit Kryptowährung vertraut ist und jeder auch weiß, wie man das Ganze benutzt. Des Weiteren hat der Floki-Token mittlerweile schon rund 140.000 Inhaber. So, kommen wir zum nächsten Token und zwar den ziemlich bekannten Shiba Inu-Token. Ich meine, ihr habt mit Sicherheit schon mal von Shiba Inu gehört. Aber, was ihr eventuell noch nicht wisst, ist, dass das Unternehmen sogar eine ganze auf NFT und DeFi ausgerichtete Plattform entwickelt hat und vor allem noch weiter ausbaut, um den Shiptoken und andere Token, die mit dem Projekt was zu tun haben, zu fördern. Diese Projekte sind Leash on Bone. Eine der Hauptfunktionen der Shiba-Plattform ist der Shiba Swap, eine dezentrale Exchange. Wie man jetzt hier sehen kann, ähnelt Shiba Swap im Grunde genommen all den anderen Dexes. Was man jetzt hier machen kann, ist, man sucht sich einfach den Token aus, den man tauschen möchte und übermittelt dann die Transaktion. Benutzer können jetzt außerdem noch den Shiba Swap Dex Liquidität zur Verfügung stellen und dann ihre SSLP-Token für einige nette IPRs hier auf der Woof-Seite farmen. Und was das ist? Naja, das ist im Grunde genommen einfach das, was sie ihren Farming-Bereich nennen. Des Weiteren gibt es jetzt auch noch einige einseitige Staking-Optionen, die man hier auf der Burry-Seite finden kann, wo jetzt die Benutzer ihre Sheep, ihre Leash und auch ihre Bone-Coins staken können, um die hier angezeigten APYs zu verdienen. Außerhalb der DeFi-Funktion gibt es außerdem auch noch einige NFT-Funktionen, wie zum Beispiel den Shiboshi-Club, was ein exklusiver Club ist, in dem man nur eintreten kann, wenn man einen der 10.000 Shiboshi-NFTs besitzt. Dieser Club bietet jetzt direkt mehrere Vorteile, wie zum Beispiel einmal die direkte Kommunikation mit den Entwicklern und dem Team, dann frühen Zugang zu Neuigkeiten über Funktions- und Updates und noch viel mehr. Das Shiba Inu-Projekt ermöglicht es den Nutzern im Übrigen auch noch, die Rettung von Shiba Inu-Hunden zu unterstützen, indem sie einen Amazon-Smiling verwenden, der den Erlös an eine gemeinnützige Shiba Inu-Rettungsorganisation spendet. Eine Aufschlüsselung der drei verschiedenen Coins im Ökosystem ist auch noch hier gezeigt. Bei Sheep handelt es sich hier um den klassischen Meme-Coin, mit dem im Grunde jeder schon vertraut ist. Leash hat einen viel, viel genären Vorrat von etwa 107.000 Token und er wird als Anreiz für die Bereitstellung von Liquidität verwendet. Bone ist der Governance-Token des Projekts und der wird es Inhabern ermöglichen, über Vorschläge in der kommenden Doggy-DAO abzustimmen. Weiter geht es jetzt mit etwas ganz anderem und zwar ein Meme-Coin mit Katzen-Thema namens Kate. Es gibt mittlerweile schon so viele verschiedene Meme-Coins mit Hundethemen, dass das Team hinter Kate beschlossen hat, Menschen anzusprechen, die halt etwas anderes suchen. Zusammen mit dieser Idee haben sie den Token auch einen gewissen Nutzen gegeben, indem sie das Staken des Kate-Coins ermöglicht haben. Dann haben sie ein Spiel mit Katzen-Motiven und eine Plattform, die es Meme-Coin-Schöpfern ermöglicht, ihre Inhalte dezentral zu monetarisieren. Jeder, der Kate-Token besitzt, kann das Ganze staken, um hier auf der Plattform ein APY von bis zu 15% zu verdienen. Falls ihr also plant, das Projekt langfristig zu halten, dann könnte das definitiv eine gute Möglichkeit sein, seinen Anteil mit der Zeit zu erhöhen. Es gibt eine Mindestlaufzeit von 31 Tagen und bei vorzeitigem Ausstieg wird eine Straf von 20% fällig. Falls ihr es jetzt doch vorzieht, eben nicht zu staken, dann könnt ihr trotzdem mehr Kate verdienen, einfach indem ihr das Ganze haltet, weil 2% der Transaktion, die fließt als eine Art von passivem Einkommen zurück an derzeitige Inhaber. Wir können jetzt auch mal einen Blick werfen auf den Kate-Coin-NFT-Marktplatz und auch auf die Meme-Plattformen. Im Grunde genommen kann jeder Memes erstellen und sie hier als NFTs verkaufen. Falls ihr möchtet, könnt ihr auch das Spiel Rise of Cats Play-to-Earn runterladen, um zu versuchen ein paar zusätzliche Tokens zu verdienen. In diesem Spiel kann man jetzt 40 verschiedene Katzenarten mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Seltenheiten sammeln und sie dann in lustigen 3 Minuten langen Tower-Defense-Spielen einsetzen. Man kann im Übrigen auch mit seinen Freunden in einem Koop-Modus spielen und dann gemeinsam gegen Feinde kämpfen und Belohnung zu verdienen. Die Tokenomics des Kate-Tokens, der im Übrigen auf der beiden Smart Chain basiert, wird hier dargestellt. 45% des Angebots wurden bis jetzt verbrannt und der Rest ist auf die folgenden Kategorien verteilt. Der Kate-Token hat derzeit rund 150.000 Inhaber. Kommen wir zu einem weiteren Projekt und im Übrigen auch das letzte Projekt, über das ich heute sprechen möchte, den Sponsor des heutigen Videos, Ponyo Inu. Ein Meme-Coin, über den ich bereits schon einmal besprochen habe. Seitdem ich jetzt das Video über Ponyo Inu gemacht habe, ich glaube vor ungefähr 2 Wochen, da hat sich der Token auf jeden Fall ziemlich gut entwickelt und es gab definitiv Preissteigerungen, je mehr Leute von dem Token erfahren haben. Ich wollte das Ganze jetzt noch einmal erwähnen, für den Fall, dass jemand von euch das ursprüngliche Video verpasst hat und vor allem, weil es auch für dieses Video relevant ist, da es sich um ein Meme-Coin handelt. Ponyo Inu hat jetzt nicht nur an Popularität gewonnen, sondern sie haben auch noch eine neue Version ihrer Webseite veröffentlicht, die man jetzt hier sehen kann. Sie ist etwas übersichtlicher und macht es ziemlich einfach herauszufinden, worum es bei dem Projekt geht und vor allem auch, welche Ziele sie für die Zukunft verfolgen. Dieses Projekt wurde durch den Film Ponyo inspiriert, der die Geschichte eines Goldfisches namens Ponyo erzählt. Außerdem hat sich jetzt das Team von Ponyo zu seiner Liebe zum Meer inspirieren lassen und spendet einen Teil jeder Transaktion direkt an die Core Restoration Foundation und sie haben mittlerweile sogar schon bereits mehr als eine halbe Million Dollar für diesen Zweck gespendet. Neben den 3%, die jetzt von jeder Transaktion gespendet werden, fließen 5% in das Marketing, 2% werden als Liquidität hinzugefügt und 1% wird an bestehende Inhaber von Ponyo Inu Token ausgeschüttet. Das Gesamtangebot beträgt eine Milliarde, was eigentlich sogar viel, viel weniger ist, als viele andere Meme-Coin-Münzen haben. Wenn wir einen Blick auf die Roadmap werfen, dann können wir ein paar Sachen sehen, die für die Zukunft geplant sind. Einmal mehr langfristige Anreize für Inhaber, Marketing, Partnerschaftsankündigung, weitere potenzielle Listings auf zentralen Börsen und die Entwicklung des Swim-Swim-Spiels. Im Grunde genommen ist jetzt Ponyo Inu ähnlich wie Shiba Inu, Saitama und Mononoke Inu Meme-Token, die jetzt alle ebenfalls eine starke Performance gehabt haben. Ihr könnt auch Ponyo Inu Token auf Uniswap kaufen, wo die Liquidität in transparenter Weise gesperrt wurde. Der Token wurde auch in der L-Bank-Börse notiert. Und um Sicherheit zu gewährleisten, wird der Tokenvertrag derzeit von Certic geprüft. Wenn ihr jetzt mehr über Ponyo Inu erfahren möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer über den Link in der Videobeschreibung tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Falls euch das Video gefallen hat, dann haut auf den Like-Button, teilt das Video mit euren Freunden und wir sehen uns dann im nächsten Video.